Ich glaube, wir haben eine Frage von Tom Bradby. Mr. President, ich bin Tom Bradby von ITV News. Viele Menschen im Vereinigten Königreich haben den Eindruck, dass die Entschlossenheit, mit der ihr Land die Auslieferung des Emma-Sperger-Syndrom leidenden Computer-Hackers Gary McKinnon fordert, überzogen und zu hart ist. Denken Sie nicht, dass es an der Zeit wäre, in diesem Fall Gnade walten zu lassen? Und der Premierminister, Sie haben sich auch sehr deutlich zu diesem Fall geäußert und nahegelegt, dass Herr McKinnon nicht ausgeliefert werden sollte. Der stellvertretende Premierminister hat das sogar noch deutlicher formuliert. Haben Sie das heute mit dem Präsidenten diskutiert und falls nicht, wäre es jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, um Ihre Ansichten zu diesem Fall mitzuteilen? Das ist etwas, das wir während unseres Treffens diskutiert haben. Natürlich gibt es in dieser Sache eine Diskussion zwischen den Briten und den Amerikanern. Und ich will diese Diskussion in keiner Weise mit Vorverurteilungen belegen. Wir verstehen vollkommen, dass Gary McKinnon eines sehr wichtigen und erheblichen Verbrechens angeklagt wird, da er wichtige Datenbanken gehackt hat. Niemand bestreitet, dass das ein erhebliches Verbrechen ist, das sollte man in Betracht sehen. Ich sprach darüber mit dem US-Botschafter und heute auch mit dem Präsidenten, und ich hoffe, wir können in dieser Sache eine gemeinsame Lösung finden. Eines der Themen, die David und ich diskutierten, war die wachsende Herausforderung bei der Internetsicherheit, mit der wir konfrontiert sind, als Konsequenz des Internets, weshalb wir da intensiv zusammenarbeiten müssen. Wir hatten eine kurze Diskussion darüber, dass, obwohl es auch weiterhin Bestrebungen geben mag, Spione einzuschleusen und Staatsgeheimnisse auf traditionellen Wege zu bekommen, wie im Kalten Krieg, dass wir heute eher verletzlich sind durch Lücken in unseren Informationssystemen. Wir nehmen es also sehr ernst. Und ich weiß, dass die britische Regierung das genauso sieht. Abgesehen davon gibt es eine Tradition bei uns, dass der Präsident sich nicht in Entscheidungen einmischt, bei denen es um Strafverfolgung oder Auslieferung geht. Ich erwarte also, dass sich mein Team gemäß der Gesetze verhält und sich eng mit unserem ganz besonderen Partner abstimmt, mit dem wir eine lange Geschichte der Kooperation haben. Ich vertraue darauf, dass das auf eine Weise gelöst wird, die der Wichtigkeit dieser Angelegenheit gerecht wird und bei der wir zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Und wir können finden, dass wir eine bessere Lösung finden können. All right. Thank you very much, everybody. Vielen Dank.